alpha fans hier habe ich einen alten alpha gtv gefunden der jetzt wahrscheinlich komplett restauriert wird es gibt viel zu tun im schönen rot sieht so aus als wären die teile alle noch vorhanden wir haben da mal angefangen oh ja das gibt richtige arbeit ich glaube der wird restauriert verlassen vergessen aus den 70er 80er jahren trost große baustelle wenn der mal gemacht ist da hat man natürlich schon ein tolles auto schon einmalig